Das System Hartz IV bzw. Amazlosenjahr II ist auf eine traurige und ethisch sehr bedenkliche Weise gescheitert. Es ist gescheitert, es war von Anfang an mit ethischen Mängeln und Denkfehlern behaftet und es wurde im Laufe der Jahre immer weiter und mit Luft vor die Wand gefahren, zum Schaden von uns allen.